Wir leben Wrestling Smackdown-Quote steigt für Geistershow. Die aktuelle Smackdown-Ausgabe aus dem leeren Performance Center sahen im Schnitt 2,519 Millionen Zuschauer. Ein Anstieg von 5,6% im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings verlor WWE knapp 6% der Zuschauer von der ersten auf die zweite Stunde. Grund dafür könnte eine insgesamt 46 Minuten lange Wiederholung des Tag Team Championship Elimination Chamber Matches gewesen sein. Auch Raw im Performance Center WWE gab mittlerweile bekannt, dass nach Smackdown auch die kommende Raw-Ausgabe im Performance Center und ohne Fans stattfinden wird. Angekündigt ist für die Ausgabe ein Auftritt von niemand Geringerem als Stone Cold Steve Austin. Es wird erwartet, dass das Performance Center in den kommenden Wochen und Monaten zur Heimat für WWE-TV-Shows werden könnte. Behörden mit klarer Ansage an WWE Die Behörden in Tampa, Florida, dem Austragungsort von WrestleMania 36, richteten sich in einem Statement erneut an WWE. So erwarte man von der Promotion die geplante Großveranstaltung abzusagen. Sollte WWE dieser Bitte in den nächsten Tagen nicht nachkommen, werde man mittels eines behördlichen Beschlusses in der kommenden Woche den Stecker ziehen. Damit lässt sich nun sicher sagen, dass WrestleMania am 5. April nicht im Raymond James Stadium stattfinden wird. Ob WWE WrestleMania in einem leeren Performance Center veranstalten wird, einen neuen Veranstaltungsort sucht oder das Event verlegt, ist bisher noch unklar. Auf unserem Podcast-Kanal erfahrt ihr in einer Sonderausgabe von Hauptkampf alles zu möglichen Szenarien für WrestleMania. Weitere Shows verlegt AEW hat seine beiden Dynamite-Shows in Milwaukee und St. Louis, welche Ende März und Anfang April stattfinden sollten, zunächst abgesagt. Die Shows sollen stattdessen im Herbst in den entsprechenden Locations ausgetragen werden. Für die kommende Woche verlegte man Dynamite bereits ins Daily Place nach Jacksonville. Allerdings ist die Arena aufgrund eines Corona-Falls bis auf weiteres geschlossen, sodass AEW wohl auch dort nicht veranstalten darf. Ricochet mit Statement Nachdem viele Fans in den letzten Wochen die Einsetzung von Ricochet bei WWE kritisierten, meldete sich der frühere Prinz Puma via Social Media mit einem Statement. So sollte jeder Fan einfach glücklich sein, dass er im TV auftreten darf. Für ihn sei es am Ende des Tages egal, in welchem Maß er eingesetzt wird. Er forderte am Ende des Statements alle Fans zum Feuern, statt zur Kritik auf. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr, klickt gern mal rüber.